Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac Rebirth. So, ähm, ich würde heute nochmal gerne Challenge Nummer 19 probieren. Zack! Ähm, keine Ahnung, ob wir es heute schaffen oder nicht, ne? Ähm, äh, ja. Das ist ja schon wieder... Was, ne? Ich habe ja ganz vergessen, dass ich hier selber nicht schießen kann. Oh, was ist mit meiner Stimme heute los, ne? Gleich zu Anfang hier. Heute noch nichts aufgenommen. Uah. So, jetzt ist es, glaube ich, besser. Da, 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 da. Gut, äh, wir haben drei Bomben, dann nehmen wir das Ding doch mit. Boah, boah. So. Hm. Na, komm. Wir brauchen unbedingt mehr fliegen. Das ist natürlich die Frage jetzt, ähm, nehme ich wirklich alle Räume mit oder gehe ich wirklich gleich, wenn ich Boss habe, zu Boss? Hm. Ich glaube, das Geschickeste wäre es. Klar, es könnte irgendwo eine goldene Kiste sein oder so mit einem Item drin, aber... Ja, erst halt mal kriegen, ne? So, einmal hier hin. Und natürlich den Duke auch treffen. Das wäre awesome. So, da haben wir noch eine Fliege. Dankeschön. Let's key. Luck up. Okay. Hm. 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 Ist jetzt nicht ein Item, was ich unbedingt brauche, ne? Ich brauche dir ein paar mehr Begleiter oder irgendwas, ne? Mehr Fliegen. Keine Ahnung. Aua. Fängt ja schon wieder gut an. Oh, Pinkiei. Bringt mir rein gar nichts. Oh, diese Fliegen, ne? Äh, Fliegen sag ich schon, diese Spinnen. Nicht schön. Äh, okay. Ah, die Begleiter reichen da nicht hin. Jetzt aber. Oh. Okay. Boss gefunden. Rein da. Fistula. Oh, der, der könnte, der könnte eklig werden. Der könnte echt eklig werden. Jupp. Aus dem einfachen Grund, weil ich die Biester so schlecht down kriege. Das sind ein bisschen viele. Natürlich nix getroffen. Die einzigen, die hier wirklich ein bisschen was reißen, sind meine Fliegen, ne? Die Old Bandage. Ja. Das ist alles nichts, ähm, was mir hier im Prinzip an Schaden helfen würde. Oder keine Ahnung, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber so langsam würde ich halt die Challenges auch gerne mal, mal durch haben, ne? Zeit würde es werden. Wir sind jetzt über, über 100 Folgen. Ähm, aber ja, ne? Bäh. Oh, nein, nicht schießen. Nein, 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 nein. Gut. Äh, wollen wir das vielleicht so probieren? Oh. Challenge Up. Purple Heart. Und ein bisschen Kohle, die wir hier haben. Reicht aber für den Shop noch nicht wirklich. So. So, dann gehen wir mal weiter. So, und dich ist jetzt die Frage, ne? Und dann muss halt meine Fliege wieder herhalten. Gut. Äh, schnell, 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 schnell. Boah. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter. Dann werden wir... Also ich, ich hab sowieso ne Vermutung, dass wir wieder über den großen Raum müssen. Dann machen wir den doch gleich. So. So. Die könnten jetzt auch wieder ein bisschen ekelhaft werden. Okay. Eins, eins von den Würmchen hätten wir. Geh, geh doch weg. Mann. Gut, 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 gut. Na komm. Aber noch ein großer. Und dann auch noch mit so was auch nicht. Ich stell mich in die Pilze. Oh, schon wieder. Mann. Ja. Oder ist da noch was? Hilfe. Möchte ich die Bombe noch haben? Eigentlich ja. Das war natürlich jetzt mies. Ich stell mich aber heute auch wieder an. Na super. Super Gluten, Toni. Oh. Extra eine Bombe für ein Herz. Ach komm, das geht auch so. Okay. Das kann ich aber machen. Bombe für eine Bombe. Plus eventuell eine Pille. Lemon Party. So. Und wie ich es gesagt habe, ne? Einmal durch den großen Raum. Ich hing hier schon wieder fest. An der imaginären Wand, ne? Entlang geschleift. Ach ja. So kann es gehen. Oh, komm her. Ja, ja. Aua. Speed Upgrade. Ich krieg, ich krieg, ich krieg gerade nix, ne? Was mir irgendwo weiterhelfen würde. Das ist ein ganz, ganz kleines Problem. Schwierig, schwierig, schwierig. Aua. Boah, spring mir doch ins Gesicht, ne? Ist ja furchtbar. Eigentlich müsste ich mein Schwenker da auch wieder ablegen, ne? Bringt mir eigentlich gar nix. Oh Mann, ist das mies mit den Begleitern. Nehmen wir uns mal ein Flat Warm mit. Dann bringt mir zwar auch nix. Oh Gott. Ist das scheiße. Blank Card. Bringt mir alles nicht wirklich viel. Klar, die Leiter könnte ich mir vielleicht mitnehmen. Aber dafür fehlt mir noch ein bisschen das Geld. Hier ist nix. Gut. Oh, ne. Ja, da kannst du bleiben. Dankeschön. Stirb. Eine Bombe für zwei. Okay, machen wir. Wer weiß, wozu wir die noch brauchen können. Hm. Okay, mehr Schaden. Okay, mehr Schaden. Nein, kusch dich. Warum geht es eigentlich immer über die großen Räume, ne? Das ist schlimm. So. Du noch. Komm. Oh Gott. Ah, diese Challenge, ne? Diese Challenge. Ich bin froh, wenn ich die geschafft habe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Einmal hier stehen bleiben. Müssten wir der mal kurz schaffen. Ja. Oh, das war auch wieder, ne? Du musstest jetzt natürlich wieder so einen Bogen schlagen. So, dann lassen wir den mal hochkommen. Zack. Ja, das war zu früh. Aber egal. Bringt mir auch wieder nix. Safety Pin. Irgendwo ein blauer Stein oder so? Ne. Oh Gott. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Okay, dann gehen wir gleich wieder bei den Großen. Oh Gott. Ja. Ja, soviel zu dem Thema. Tour of Clubs. Na komm, die können wir gleich benutzen. Einfach weiter. Oh nee, ne? Oh Gott. Ich hasse diese Monster. Puh. Oh nee, geht's nicht mal zum Boss, ne? Geschweige denn, dass hier irgendwas wäre. Ein blauer Stein oder irgendwas. Keine Ahnung. Okay, zumindest sind unsere Herzen wieder voll. Ist doch schon mal was. Und dann gucken wir mal hier unten. Ich hasse sie, die Challenge ist so grau. Du warst doch gar nicht in der Nähe von mir. Nicht wirklich. Ich habe dich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So, mit sieben Bomben kann ich das auch machen Auch wenn es nur ein halbes ist Aber, ne, besser als gar nichts Hör doch auf damit, du Stück Kaka Ach du Schöne Ich hoffe mal, dass wir den relativ schnell down kriegen Und vor allem die zwei Oh, Mann, 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 Mann So ein Scheiß Oh, ne, kann ich hier? Einfach raus, Dankeschön Den will ich nicht machen Den will ich nicht machen Ich hätte eigentlich gehofft, dass ich mir vielleicht hier was kaufen könnte Aber, nö, das wird jetzt auch wieder lustig Oh, Mann, oh Gott Ich hasse die Biester Ich hasse sie Oh, ausgescheiße Genau, genau Sprengt alles einfach in die Luft Gut, 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 gut So, du noch Nein, lass das Keine Herzen für mich Ach, kommt, hier können wir auch nur eine Gut Äh, wie soll man hier bitte Wie, ne? Ich sterb hier drin Tja, eineinhalb Herzen, ne? Ach, dann der Boss hier Okay Okay, das heißt jetzt Ein bisschen konzentrieren Was ist eigentlich Ja, okay Ich kann wieder rausgehen, ne? Das bringt mir aber relativ wenig Äh, wenn ich nicht sagen möchte Das bringt mir gleich null, ne? Oh, Gott Okay, mal probieren Ein bisschen mit Bomben zu arbeiten Oh, Gott Oh, Gott Ich hätte den Schlüssel nicht nutzen sollen Okay Und da lade ich mich von ihm Richtig schön hitten, ne? Richtig nice Also, ein Hit noch Und, äh Das war's mit der Challenge Mal wieder Okay Das kann man irgendwie vergessen Mit dem Bomben, ne? Die Frage ist Das ist, das ist, ja Ähm, Leute Ich würde sagen Wir probieren die beim nächsten Mal wieder Ich möchte jetzt irgendwann mal schaffen Ich hoffe, dass wir dann nicht so einen Boss Wie Mask of Infamy bekommen Ähm Ja, ne? Ähm Ich würde sagen Wir sehen uns dann morgen wieder Zu einer neuen Folge Von The Binding of Isaac Rebirth Wir sehen uns dann Oh, ich sobie tutte Oder Das ist, das ist, yeah Oder Immer Tschüss Ich liebe es oder environ Vielen Dank.